Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 8. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1019. Und heute kann ich euch garantieren, komplett Apple-frei. Oder frei, besser gesagt. Wie kann das passieren? Relativ einfach. Gestern Abend habe ich noch relativ spontan die 1018 rausgehauen mit allen Neuigkeiten rund um die WWDC und das Spatial Audio, also die Audiogeschichte von Apple, das Event, was nachher noch stattgefunden hat. Wer also das verpasst hat und gerne Apple News möchte, hört einfach die Folge davor an. Jetzt geht es heute um Super Follows, um App, um Bezos, um Musk, um AVM, Updates und um Google. Ich beginne gleich mit Twitter und da gab es ja einige Neuigkeiten in den letzten Tagen rundherum, was da geleakt wurde und was alles kommen wird und kommen ist, mit der Möglichkeit von Geld reinzuschmeissen etc. Man kann aber nicht nur selber Geld reinschmeissen, sondern man kann vielleicht zukünftig, zumindest wenn es nach Jane Macoon Wong geht, einem Chinesen, dann kann man bald schon seinen beliebten Twitterer unterstützen und zwar monetär. Wie das Ganze funktionieren wird, werden wir noch genau sehen. Aktuell geistert so rum, dass die grundsätzliche Voraussetzung dafür ist, dass der Twitterer, der ihr beglücken möchtet mit eurem Geld, mindestens 10'000 Follower haben muss, mindestens 25 Tweets in den letzten Tagen versendet haben muss und über 18 Jahren sein darf. Wir werden sicherlich irgendwann vielleicht eventuell bald erfahren, ob diese Funktion überhaupt kommt oder auch nicht. Dann gibt es eine App hier in der Schweiz, die neu ist und die man sich vielleicht auf sein Smartphone legen sollte. Das Covid-Zertifikat. Was kann das ganz genau? Stellt euch vor, ihr geht euch impfen. Ich freue mich ja, ich darf ja auch bald. Und dann habt ihr so ein lustiges Stück Papier. Das müsst ihr immer mittragen, wenn ihr irgendwo hingehen möchtet und dann vorweisen könnt, dass ihr eben geimpft seid. Das kann auf Reisen unangenehm sein, weil wer nimmt schon gerne Papier mit. Man möchte doch das heutzutage in digital haben. Und genau dafür ist die App da. Covid-Zertifikat ist die offizielle App aus der Schweiz, die das eben ermöglicht. Mit einem QR-Code, den ihr reinscannen könnt, fügt ihr euer Zertifikat, was übrigens nicht nur für die Impfung, sondern auch für Tests gilt. Digital erfassen in der App drin. Und ganz wichtig, die Daten bleiben auf eurem Smartphone. In der App drin gehen nicht auf irgendwelche Server etc. Also ähnlich wie bei der Covid-App. Da kann man dem ganzen System vertrauen. Und dann, wenn ihr eben irgendwo seid, am Zoll oder bei einem Event oder was auch immer, könnt ihr das statt dem Papier vorweisen. Es wird kurz abgescannt und schon lässt man euch durch, rein oder wo auch immer hin. Auch da sollen keine weiteren Daten gespeichert werden. Wichtig auch noch zu wissen, und das ist eine Ansage, da bin ich gespannt, ob sie es schaffen werden, die Konnektivität oder die Kompatibilität zur EU und den EFTA-Ländern soll ab Juli diesen Jahres gelten. Das heisst, noch ein knapper Monat. Ich drücke mal die Daumen. Dann geht es weiter mit Jeff Bezos. Und jetzt wissen wir endlich auch, wieso, dass der junge Herr so relativ, in Anführungs-Schlusszeichen, überstürzt bei Amazon gekündigt hat oder sich herausgebracht hat. Er geht ins All. Keine Angst, nicht für immer, aber er möchte natürlich, und jetzt muss ich kurz ausholen, vor kurzem hat er ja gegen Elon Musk geschossen und ihm die Möglichkeit untersagt, dass er da weitere Tests machen kann oder für die amerikanische NASA Produkte in All bringen kann. Und da muss er sich natürlich in Stellung bringen und deshalb geht er, sein Bruder und jemand, der es gewinnt und dann auch noch jemand, der ein bisschen was an Geld hinblättert, ins All. Nur elf Minuten auf über 100 Kilometer. Da werden sich alle flat over freuen, wenn dann die Erde doch rund ist. Genau. Und dann werden wir es sehen. Ich hoffe mal, er kommt gut wieder runter, weil stellt euch doch mal vor, was das für ein Skandal gewesen wäre oder wird, wenn er da eben nicht mehr runterkommt und Amazon-Chef ist. Deshalb ist es gut und damit schliesse ich auch den Kreis wieder, weshalb er da gekündigt hat. Dass das natürlich ein kleiner Scherz ist und hoffentlich niemals eintreten wird. Das hoffe ich, habt ihr verstanden. Weiter geht es mit seinem Kontrahenten Musk, der ja auch vor nicht allzu langer Zeit das Model S Plate und Plate Plus angekündigt hat. Ein Gefährt mit über 320 Stundenkilometer Geschwindigkeit und irgendwie ganz vielen Meilen, was waren es, 830 Kilometer Reichweite. Das soll jetzt doch noch nicht so schnell kommen und vor allem nicht gerade in diesem Jahr, eventuell nächstes Jahr, mit der Begründung, zum einen eben so schnell kann man eh nirgends fahren, im normalen Leben logischerweise und dass die Reichweite, alles was über 400 Meilen ist, sowieso sehr, sehr genügend ist, weil man muss ja auch eine Pinkelpause machen oder mal die Beine vertreten und es gibt ja überall Möglichkeiten zum Wiederaufladen. Ja, das war wahrscheinlich ein zu schneller Schuss von Musk in der Richtung. Hoffen wir mal, dass der Bissus nicht zu schnell schiesst. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu AWOIM. Die haben nämlich für die MyFritz App, für die MyFritz App WLAN und für die MyFritz App TV unter, und jetzt habe ich es doch gesagt, iOS ein Update rausgehauen. Was das alles kann, unter anderem QR-Code für das einfache Einloggen im WLAN und weitere Möglichkeiten für WPS starten und so weiter. All diejenigen, die eben ein Solchensystem im Betrieb haben, wie ich zum Beispiel, sollten mal die Updates anschmeissen. Updates gibt es diesmal keines von Google, sondern ein bisschen Buße, die sie zahlen müssen. Und ein bisschen, ja, für Google ist das leider nur ein bisschen Strafe. 220 Millionen Euro Bußgeld darf Google bezahlen. Und warum? Weil sie in Frankreich da die Verlage übergangen haben oder besser gesagt, sich bessere Möglichkeiten geschafft haben, um Online-Werbung zu machen. Ziemlich unschön ist schon ein längeren Thema, soll sich auch weltweit noch ein bisschen auswirken. Zumindest die Updates jetzt Google hinten nachschiesst, damit das eben nicht mehr so ist. Und eben ein bisschen Geld müssen sie abdrücken. Aber ich glaube, das machen sie sehr, sehr gerne und auch locker aus der Portokasse. So, das war es jetzt mit den heutigen Themen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann in der morgigen Folge und dann nochmals kurzen Spoiler wieder ein bisschen Apple-Themen mit rein sein könnten. Denn wir haben ja die WWDC-Woche, die Entwicklermesse von Apple. Da kommt ja immer das eine oder andere neue raus. Ich bin mal gespannt, was sonst noch alles wir so sehen werden. In diesem Sinne, wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. Bis dann. Tschüss, euer Pogipsi. Hört mehr Geek Talk.